Ok und jetzt das andere Ich brauche ne Kugel, haben wir ne Kugel? Nein wir haben keine Was macht denn nochmal die andere Kugel? Die wir da hatten Weiß ich nicht Die Kugel? Ja die macht er mit dem Laser, warte mal Dann ist das unwichtig glaube ich Warte, da? Ich muss da zu dir hoch Den und dann Hier nimm Hopf dann auf Zack Ok und los Fuck Nein Scheiße Die Kugel ist kaputt Ja aber ich habe dir doch gerade schon mal irgendwie Wieder geholt, ich weiß grad nur nicht mehr wie Scheiße Hä? Gut Oh ja wow Jetzt muss ich ja wieder rüberfliegen Warte ich muss dir helfen Oh Das ist der Laser aber weg Achso hast du schon Zack So Jetzt musst du doch wieder hoch Ja den Laser Hier Ach den Laser da rein Und dann den Laser Und dann kann ich dich gleich von oben holen Und dann kann ich dich gleich von oben holen Da unten Oh Oh Herrlich alter Da lauf ich mal Äh 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 Warte Ah ich komm schon wieder gar nicht mehr klar Okay Okay Wow Ja warte du mal Ja du müsstest ja eigentlich direkt da nach oben machen Ja soll ich direkt machen Jawoll Ja So jetzt ist da unten Glaub ich Ja hier ist die Wand Toll Das heißt wir müssen den Laser hier durch Und den Würfel Ne geht ja gar nicht Ne Doch Ne Moment den Laser haben wir ja Hier Aber guck mal hier Da kommt man irgendwie hoch siehste Ja Ja mit dem Laser Ähm Warte mal die Ablehnkugel Soll ich die holen Äh Ja Okay Dann warte Aber guck mal brauchst du doch Sonst geht der Laser doch gegen die schwarze Wand Nö Und dann haben wir keinen Laser mehr Doch siehste Was denn Ist der Laser weg? Ne wir haben da oben einen neuen Laser wenn du mal guckst Oh Ja hab ich nicht gesehen Ne Voll gut Boah dann brauchst du da hin Den Laser brauchst du doch Moment Moment Vorsicht Vorsicht Ah Hui Wuhuu Ich würd mal wieder sagen easy Ne so easy die sind noch nicht fertig Geil Oh Das ist natürlich wieder jetzt äh Warte warte das ist nicht so schlimm Schau mal gut dass ich zuerst da durch war Nein Ah doch Wie nein Egal Jetzt ist es gut wenn du zuerst durch war Ah Ehrlich Ja okay Bei dir passiert doch eh nichts Ja komm Ich komm nicht Ich komm nicht Zur nächsten Abschnitt Was macht das? Bitte? Hä Guck mal hier gibt es sowas bei mir Ja genau Lass dich mal hier Wie soll ich dann rüber kommen? Ja pass auf Easy Sepp Easy Ah Hallo Hallo So okay So okay was haben wir denn da oben Ah Ne warte mal Was? Da ist ein Schalter WTF? Hä? Warte hier kann man ja einfach mal easy easy durchslaschen Man muss die Laser weg machen Hier Aber wie? Ich brauche ein Alter was geht denn hier ab? Alter what the fuck? What the hell? Hä? Komm dann Da kommt Würfel Äh mit Sicherheit Da kommen Würfel geflogen Mit Sicherheit Hallo Würfel Ihr Würfel Ah Jetzt ist hier Levant Toll aber Hahaha Ihr Kleinbisser Wo kriegen wir denn die Kugel jetzt her? Hallo Ich bin ja hier Hallo Irgendwie muss man den Laser hier noch ausmachen Ah Ha Sepp Guck mal hier Ja Du musst da oben Gegen das Ding fahren Achso Warte dann muss ich ja Damit der Laser ausgeht Und dann kann ich nämlich Darüber jumpen Jo alles klar Ich habe es begriffen Wie willst du denn jetzt da rein? Hä? Muss ich wieder hoch arbeiten Minecraft Style Das war bestimmt auch so wieder gar nicht vorgesehen Aber okay Irgendwie macht der nichts Oh mein Gott wir müssen den Würfel dagegen hauen Ja warte Na ja du kannst die nicht mit Würfel hoch arbeiten? Ich kann Ja 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 Okay Okay Guck mal Sepp Mach den doch einfach Einfach da rein Wo der Gülle herkommt Ja Ja Wär mal ne Idee Ich kann wach das Ich kann wach das Zack So jetzt kann ich nämlich Drück doch den Knöpp Was wie drück doch den Knöpp Drück Was für Drück wer Ja ich Aua Ich häng Ey wo bin ich denn? Du stehst Du hängst nicht Wo fällst Aua Oh Wo ist denn die Kugel? So warte 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 Ich muss gerade erstmal wieder klar Da So ich muss Ach Deswegen ist hier das Podest Jetzt verstehe ich das So Ah Karamba Wuiuiui Wo sollst du denn hin? Trick gar nicht Habe ich gerügt? Habe ich gerügt? Fuck Ich hab mich getroffen Warte Nochmal Achse Jetzt habe ich getroffen Jawoll Ja ich habse Tu's nicht Sepp Tu's nicht Ach so Okay okay Jetzt können wir den Würfel da auch eliminieren Noo Vorsicht So Genau Äh 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 Ihr könnt mich nicht treffen Aha Ihr könnt gar nichts Ihr seid die Lose ab Bäh 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 Geschafft Easy Easy Richtig gut ey Und nächste Testkamera Wir haben jetzt 3 Level geschafft Nur 3 alter Von welcher Zeit? Äh eine Stunde 10 Puh Heftig ne? Okay das erste Level hat sie auch richtig derbe gezogen Na okay und wir haben erstmal 10 Minuten runtergeladen Kolgorks Koop Challenge 1 von Kolgork Mh mit so einem One Piece Bild weißt du Okay was ist da los? Oh mein Gott Boah ich hab's schon wieder sehen ne da war einer Gülle freudig Ah guck mal da stell dich mal da drauf Huiiii Huiii Er boinkt da direkt Soll man jetzt dafür bezahlen dass die Gülle ausgeht oder wat? Ach guck mal Hä? Toll Aber Valum Nein! Heu ei ei Ja was los? Geh mal auf dem Schalter da Huiiii Ja ich steh hinter dir Nein! So macht der Ohr Guck mal Guck mal Hast du gesehen? Okay Warte mal Kennst du schon den? Stell dich schnell da drauf Schnell auf die Gülle drauf Warte auf welche Gülle? Nein auf den Schalter Und jetzt auf den Ne guck mal Wir müssen Wir müssen Wir müssen Das hier Du musst da hinten die orangene Soße anmachen Und jetzt Und jetzt müssen wir beide Achso Die orangene Soße ist da oben So und jetzt Geh schnell auf den Schalter um die blaue Gülle auszumachen So jetzt müssen wir nämlich mit Orangener Gülle das laden Und Warte 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 Genau So Wir müssen nämlich meine Vermutung ist dass wir erst rennen müssen Und dann müssen wir so Wuuu Boah Alter Boah Alter aber jetzt Hauptsache Hauptsache das klappt direkt Aber 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 Valum was los Boah guck mal was hier alles ist Guck dir Alter War Ich hasse das ja ne mit der Gülle Hallo Schalter was machst du? Der macht hier so ein Ding auf Wartest du dazu? Ja Ich habe auch noch einen Schalter Oh Tab ist weg scheiße Oh jo Hä So Was macht der? Macht der irgendwas? Ja irgendwas passiert hier Warte Ja bleib mal drauf Bleib mal drauf Warte 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 So ok Jetzt bin ich einmal rum Hier ist noch ein Schalter Nein Da ist ein Punkt auf dem Boden Schon gar kein Bock mehr Macht der denn jetzt? Ja Hier ist bei mir ein Punkt auf dem Boden Wieder Dimension Was ist das denn hier? Ne glaube ich nicht Hä was ist das denn hier? Ja bleib mal Hä? Was ist passiert? Wir sind auch wieder Ich schalte und so Ey Der ist gerade hoch gegangen bei mir Ey Du hast das angemacht Wie hast du das gemacht? Was ist das? Was macht der denn? Was macht der denn? Ey du hast gerade die orangene Gülle an Ah Ah Oh ja Ah Oh mein Gott Ich verstehe das Nicht Oder? Verstehe ich das? Ich lass das jetzt an Ja nein Bist du Boah Ah Doch Ähm pass auf Kannst du die Kannst du die blaue Gülle ausmachen? Das macht hier Orangene Gülle macht das Warte mal Ne Das nicht Mach mal nur die orangene So warte mal Ich probier mal Genau Mach mal genau Lass mal alles so Lass mal alles so So pass auf Ich probier jetzt Alles so lassen Nicht bewegen Pass auf Fuck Hä ich muss da irgendwie rein Dick reinjumpen Weißt du was ich mein? Ja Hä? Weil dann könnte ich da reinjumpen Und da flieg ich dann raus Irgendwie so muss das aber doch Wie krieg ich denn die blaue Gülle nach hinten? Ah Gut Jetzt bin ich hier oben Haha Oh mein Gott Sepp Oh mein Gott Mach das mal runter Guck mal Ich muss jetzt da durchrennen Und muss mein Portal da machen Und in der Zeit in der ich da durchrenne Also pass auf Ich flieg ja dann so da durch ne Und dann flieg ich wieder darauf zu Musst du das hoch machen glaube ich Meinst du? Ja versuch mal mal Wow fuck Hä aber das ist zu viel Oh Ne das nicht Ne keine Ahnung Verstehe nicht Weil hier ist auch noch ein Laser und so Und hier ist auch noch ein Schalter Wo ich keine Ahnung hab was der macht Was macht meiner denn? Der macht die blaue Gülle auf Oh mein Gott Oh mein Gott Okay Mach alles mit roter Gülle voll Warte Was ist das? Das war's Was ist das? Ja Was ist das? Was ist das? Vielen Dank.